Ja hallo ihr Lieben, heute gibt es mal was ungewöhnliches für euch, ein kleines Infovideo. Es wird auch nichts langes, sondern eher kurz, denn ich möchte euch eigentlich nur darüber informieren, dass ich am Mittwoch, den 16.08. hier live für euch kochen möchte. Ich hatte eine Abstimmung gestartet und es durfte aus drei Gerichten ausgewählt werden und gewonnen hat Kohlrouladen mit Kartoffelstampf. Und das werde ich am Mittwoch um 12.00 Uhr für euch kochen. Termin nicht vergessen. Ich freue mich wahnsinnig auf euch. Und wenn ihr informiert werden wollt, wenn das live stattfindet, dann wäre es super, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, das Ganze auf alles stellt. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn das live startet. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass ich mich schon wahnsinnig auf euch freue und dann eventuell bis Mittwoch. Tschüss!